hallo liebe leute und herzlich willkommen ihr wisst bescheid der karton ist wieder so groß dass man mich kaum sieht das heißt get digital ist da genau so sieht es nämlich aus also ich war ja jetzt eine große umstellung dieser box geplant ich habe vor monaten schon mal vielleicht auch in einem video angedeutet dass da irgendwelche sachen verändert werden sollten man wollte mit loot raider zusammengehen das hat aber so nicht ganz geklappt loot raider hat jetzt die fahnen gestreckt haben gesagt wir machen jetzt schluss und die get digital box ist im prinzip die box die die loot raider box beerben soll ich glaube das ist eine ganz gute info also loot raider macht ab und zu werbung jetzt momentan und sagt hier wenn ihr jetzt eine neue box haben wollt dann nehmt die box und wir wollen mal gucken ob das eine gute entscheidung ist ich glaube aber doch schon wie mein das box ist wieder so groß ich musste irgendwie unterstellen nützt alles nichts ist immer so ein riesen box was macht ihr denn ach so ich sehe schon wieder warum ich weiß nicht ob die hier hält diesmal wir haben verpackungsmaterial noch mehr verpackungsmaterial ihr kennt das zehn items wird gesagt sind immer so drin das soll wohl auch so bleiben deswegen gucken wir mal was wir hier so haben ich bin sehr gespannt so ein bisschen vorsichtig sein das ist nicht sehr sicher aufgestellt diesmal ich greife aber mal blind rein oder wie sieht das aus ja das habe ich mir gedacht dann fällt es nämlich runter was ist was so geil ist das ich muss aufpassen das fällt mir hier gleich runter box ist was 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 ist das denn ich weiß nicht ob da noch was dazu gehört aber das ist auf jeden fall ich muss doch noch ein tank dabei sein oder wo soll man das anschließen keine ahnung das kann man das hier so öffnen oder auch nicht dann kann man das hier so rausziehen und dann kann man das hier so rausziehen oder auch nicht ja das ist schon ich bin nicht mehr der jüngste da kann ich nicht mehr mit solchen sachen umgehen früher als kind da war das easy going da wusste man genau bescheid aber da gab es auch noch nicht so als ich klein war da gab es nur so kleine wasserpistolen die waren dann auch noch in schwarz die durften dann tatsächlich noch so aussehen wie richtige pistolen und hier ist dann pump action und so finde ich cool das ist aber recht witzig wasserpistole haben wir in so einer box noch nicht drin gehabt muss man ja dazu sagen ich guck mal ob da noch etwas fehlt vielleicht fehlt da noch ein tank oder ich habe es nicht verstanden nächstes item was wir haben ist ein t-shirt oh ja das finde ich auch jetzt schon wieder cool aus mehreren gründen weil es schöne sachen vereint genau ich komme auch nicht auf die worte die ich sagen will diesmal sehen wir daenerys targaryen the mother of dragons und wir sehen hier pokémons das passt natürlich hier ist ein kapador und das ist hier so ein keine ahnung flammare oder so ich weiß es nicht hier der andere legendäre dingens kirchens und hier so ein schlangini oder wie die heißen frag mich nicht ich habe pokémon go gespielt ich spiele das auch ab und zu immer noch aber ich habe keine ahnung wie die dinge heißen das ist halt echt so kapador habe ich mir gemerkt weil da muss man hier 100 stück von haben um hier so einen legendären kollegen hier raus zu holen finde ich witzig gemacht das motiv ist wirklich sehr sehr schön recht niedlich muss man fan von sein ist vielleicht nicht jedermanns sache wenn du so ein bären wie mich dann hast du da mit so einem niedlichen t-shirt rumläuft das könnte schon die falschen fragen aufwerfen aber ich mag es trotzdem ich stehe auf solche shirts ich finde solche niedlichen sachen cool gefällt mir sehr sehr gut was haben wir als nächstes wir haben hier unser Plastiktütchen jawoll ihr wisst das in der get digital ist immer eine Plastiktüte könnt ihr mal Mutti in die küche bringen oder selber benutzen könnt ihr eure schweinshaxe drin einlegen ich mache den witz jedes mal ich weiß aber er wird nie ein was haben wir denn hier drin diesmal haben wir viele items hier drin wir haben hier einmal fruchtgummi mit viel koffein ich kenne diese dinger bereits aus so einer fressbox und deswegen weiß ich die dinger sind ganz witzig da sind halt so hier so feile und die schmecken dann halt bloß nicht fruchtgummi halt kann man machen mit viel koffein nach und wach bleiben ist das eine coole sache so was haben wir als nächstes wir haben hier einen was ist das jetzt die sind alle so ich ist das ein das ist hier ein schreibblock und irgendwann hat sie einen spaß gemacht und hat hier so figuren drauf gemalt dick butt und das ist auf jedem dieser bilder drauf der dick butt nicht aufpassen dass das nicht zensiert wird hier nicht dass ich das bild halte was habt ihr euch da gedacht das ist keine ahnung jetzt bin ich wahrscheinlich wieder total unwissend na und das ist eigentlich voll die meme figur die man kennt seit 100.000 jahren aber ich kenne es natürlich wieder nicht dann haben wir hier so so was ist das wofür benutzt man sowas sind das ist das für kuchen oder so oder oder zum zum sprayen ich habe keine ahnung da muss ich nachher auf die karte gucken wenn eine drin ist das sind hier auf dem fall einmal ist das ein einhorn ihr kennt das oder so rum nein so rum natürlich ein einhorn und ein peck mell so und wofür die dinger da sind werde ich noch rausfinden bestimmt ich bin überzeugt davon so dann haben wir in unserer tüte noch ein geil das finde ich cool das feiere ich das ist ein radiergummi mit der tardis ein tardis radiergummi da kann man dann den dalek wegradieren das ist ein cooles item schwer sieht gut aus das geht immer klar gefällt mir gefällt mir sehr sehr gut und dann haben wir ja wie erwähnt diese plastiktüte nein spielkarten von dc jawohl von winning moves und da sind drin diese spielkarten nein ich verarsche euch nur ich verarsche euch nur die sind natürlich nur eingeschweißt und ihr wisst ja so ein karten pack darf man einfach nicht aufreißen wenn man das aufreißt dann ist das sofort nicht entwertet will ich nicht sagen aber gute spieler haben immer ein frisches pack dabei und wenn ein abend mit solchen kartenspielen losgeht dann muss das karten pack frisch sein das gehört sich einfach so vorne drauf haben wir hier einmal den joker und ihr stimmst du noch mehr das ist dann noch werbung für andere sagen und wenn ihr mal hier gucken wollt da sieht man dann noch ein paar andere der karten keine ahnung was ist das premium quartett oder was weiß ich nicht auf jeden fall ein lustiges kartenspiel kartenspiel so das packen wir jetzt mal wieder weg das kartenspiel so soll alles in der ordnung haben was haben wir noch drin wir haben hier ein magazin drin das ist auch etwas was in der digital box häufiger passiert und ich persönlich finde das gut zum anderen grund weil die magazine die da drin sind immer irgendwie cool sind das war mal so ein retro magazin neulich und das hier ist jetzt das magazin das wissenschaft wissen 2017 ihr seht schon auf dem titelbild haie ich liebe haie das finde ich sehr sehr cool das feiere ich auch ich mag diese art von magazin wirklich sehr das ist eine ideale lektüre man setzt sich hin liest eine runde und lernt mal was neues dabei und in solchen fällen ist das halt so ich selbst hätte mir dieses magazin wahrscheinlich nie gekauft aber da das in dieser box drin ist finde ich das gut win-win-situation ganz ganz klar was haben wir noch drin wir haben hier das hier und dann noch so ein paar zettel und noch so ein pappding wir machen erst mal das pappding und zwar ist das ein space battleship zum selber bauen oder was ach so nein ach das spiel battleship ihr kennt das noch a7 versenkt a8 treffer und so weiter ihr kennt das und das ist halt im prinzip das spiel battleship mit euren pappdingern und da habt ihr dann noch so kleine figürchen die ihr falten können und ihr dann benutzen könnt und da macht ihr dann im prinzip das spiel battleship vorne drauf sind verschiedene schiffe abgebildet ich weiß nicht ob die dann auch im spiel drin sind das ist hier ihr seht hier ein stern zerstörer ihr seht hier das planet express schiff und noch diverse andere die ich jetzt so auf schlag nicht zuordnen kann aber das ist auf jeden fall schon mal eine sehr sehr coole sache und dann kommen wir halt zum letzten item und das ist der magic cube wooden box das ding ist sauschwer und das ist wieder ein gedigil hauseigenes item das ist ja auch immer eine sache die häufig passiert gedigil macht immer so eigene items ich muss sagen wir machen mal sehr sehr coole nerdige items diesmal ist jetzt nicht so viel tech krams dabei also so sachen wo man so viel basteln muss außerhalb dieser wogen aber das macht nichts diese box finde ich auf jeden fall schon mal super geil das ist einfach im prinzip eine aufbewahrungs box ihr kennt das ding vielleicht bei big bang theory gibt es diesen würfel als taschentuch box und hier ist das einfach eine hölzerne aufbewahrungs box finde ich sehr sehr gut gefällt mir super modisches accessoire irgendwo im hintergrund und da könnt ihr alles reinpacken was ihr so sammelt ihr kennt das doch ihr sammelt buttons ich weiß es ihr sammelt pins ihr sammelt patches die können hier alle rein und dann habt ihr die super verstaut finde ich eine coole sache gefällt mir sehr sehr gut ist unheimlich hochwertig und schwer geiles teil so und dann gucken wir mal auf die spoiler karte die keine spoiler karte mehr ist sondern ein buch und ihr seht ihr schon auf dem titelbild sind schon wieder diverse kleine spoiler mit drauf so ein bisschen ihr seht hier eine daenerys das ist immer dieses einhorn von denen und und der cthulhu das sind so deren maskott hier start with dc da ist dann auch schon spoiler drauf man sieht hier doctor who also na und man sieht hier auch schon die die gun und den den würfel also ist hier wieder viel gespoilert auf dem auf dem ding da muss man mal aufpassen dass man das nicht vorher sieht aber sie haben es inzwischen unten reingelegt das ist sehr sehr gut so dann gucken wir uns das mal an was haben wir denn hier eins von zwei wissenschaftsmagazin das andere wäre dann noch irgendwie space gewesen auch sehr interessant dann haben wir eine von drei fruchtgummi sollten 5,95 Euro für so wenig fruchtgummi wie rechtfertigt sich das ganz ehrlich wie rechtfertigt sich das nur da koffein drin ist kann ich mir auch eine tüte haribo kaufen und kaffee dazu trinken das kostet weniger gut aber da bin ich jetzt gut da wollen wir nicht mehr gerne äh bottle reset ah ich verstehe jetzt verstehe ich auch mal wie viel knarre funktioniert entschuldigt wenn ich hier nochmal reingreifen muss das da müsst ihr hinten dann eine flasche dran machen versteht ihr wie ich das benutzen kann das ding ihr macht dann eine flasche da dran und dann könnt ihr mit der flasche pumpen so ist das da geht es ums recyceln tatsächlich nicht um das plastik hier sondern darum dass ihr eine flasche dran habt geil das finde ich auch sehr lustig kostet 4,99 da kann man nicht meckern hätte es auch noch in rot gegeben coole sache so zauberwürfel holzbox die nehmen das hier um ihre alten spiele aufzubewahren schaut mal na auch eine ganz nette sache das t-shirt 17,95 ach der würfel übrigens ja 14 24,95 ist natürlich ein happenpappen geld aber muss man sagen ist es auch wert eine hochwertige holzbox in der form mit so nerdigen sachen drauf das kostet auch schon mal ein bisschen was ne spielkarten kosten 5,95 gut ne der dickbutts posted ich verstehe es nicht ein blog für echte internet nerds das ist ein meme das ich jetzt nicht kenne ich kenne einige memes und ich bin auch auf nein gag und so weiter unterwegs aber den dickbutt habe ich so noch nicht gesehen ganz ehrlich weiß ich nicht radiergummi für 5 euro ja lizenziertes item das kommt mal vor und das pappding hier für 3,95 ist super ist wahrscheinlich mal lustig für einen schönen abend oder auch für mehrere wenn man ein bisschen schirpe versenken spielen will einfach mal unterwegs dann hat man das kann vorher noch ein bisschen basteln finde ich ganz cool und das andere seht ka ah ok ok jetzt bin ich schlauer als zuvor und ich bin gespannt ob das funktioniert und zwar sind das tatsächlich kaffee schablonen ihr habt euch sicherlich schon gefragt wie die baristas das machen wenn sie dann ein cappuccino machen oben noch schokopulver drauf machen wie kriegen die das hin die machen das so indem sie einfach das ding dann auf den kaffee legen und dann das schokopulver drauf machen und dann hast du die form eines einhorns oben drauf oder die form eines patmans jetzt verstehe ich das alles klar ich weiß was es ist finde ich cool 478 jahr gut für zwei stück kostet wahrscheinlich so viel wieder mal eine geile box get digital wenn ihr die box haben wollt unten in der video beschreibung ist ein link da könnt ihr die auf jeden fall bestellen mehr habe ich euch nicht zu erzählen denkt an ein abo denkt an daumen nach oben erzählt mir wie die box fandet wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut leute tschüss bis zum nächsten mal